Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Yoshi's Island Advance. Ordways Pesto. Warum heißt dieser Level eigentlich nicht Ordways Schloss? Hm. Ja, wenn man schräg genug schießt, dann hinterlässt er manchmal noch Sterne. Das ist praktisch, aber muss eigentlich nicht sein, denn wenn man sich immer gut umschaut, findet man in der Regel genügend Sterne in den Fragezeichenwolken und bekommt man auch in den Sternenkreisen. Und als halbwegs erfahrener Spieler wird man eigentlich nicht regelmäßig getroffen. Nichts, da? Ah, hier kann man gut das Ziel üben. Ich weiß nicht mehr genau wer es war, aber ich meine bei einem anderen Netzplayer, dem ich mal zugeschaut habe, war es so, der hatte sich nicht getraut hier ins Wasser zu springen. Der hatte wohl irgendwie befürchtet, dass man dann ertrinkt. Aber das ist ja ganz normal. Das ist ja ganz normal. Das ist Blei. Na, dann bekommen wir noch ein paar kleine Sternchen. Das ist ja ganz normal. Was ist der denn hin, ey? Ja, mach mal hin, ey. Das ist ja ganz normal. Ja, ein kleines bisschen konnte man ihn noch sehen. Ja, das ist irgendwie blöd, wenn der Bildschirm nicht so scrollt, wie man es will. Das ist ja ganz normal. Das ist ja ganz normal. Da, 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 da! Ja, wer mir im Weg steht, muss leider niedergemetzelt werden. Ich bin so grausam. Ja, so sparen wir uns ein Ei. Ja, ihr seht es, diese Pflanze macht direkt eine Pause. Na, dann macht Boss eben anders. Das ist die Spia. Ja, man kann diesen Level übrigens auch beenden, ohne den Bosskampf zu starten. Das werde ich aber nicht tun. Ja, also dafür muss man sich ein kleines bisschen links auf den Rand stellen und dann die Pflanze mit einem Ei abschießen. Aber das ist für den Röser. So, der hat also keine Bedeutung, dieser süße Bauchnabel. Ja, dann wird wohl auch nichts passieren, wenn ich da ein Ei draufschieße, oder? Das wird ihn bestimmt nicht stören. Der wird sich wahrscheinlich kaputt lachen. Oh ja, ich sehe es, dass sein Süßhaufaufnabel nichts zu bedeuten hat. Tja, Klammig. Wenn du mich verarschen willst, dann musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Und auf Wiedersehen, du dämliches Unkraut. Und somit ist Welt 3 jetzt auch erstmal beendet. Aber wir werden natürlich später noch zurückkommen. Oh je, ich hasse diesen Löffel. Aber zum Glück werde ich erstmal noch verschont bleiben. Ich werde diesen Part auch an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.